Hallo und herzlich Willkommen zurück bei Kingdom Hearts 3 Hier live aus dem Olymp Da mit Savepoint Können wir eigentlich auch was basteln? Hier gibt's hier wieder so'n Mowgli Shop Wie heißt der kleine Mann normal? Ich weiß es nicht Hier hochrörende Wolken, die ein bisschen aussehen wie Zuckerwatte Und jetzt wo ich die Wolken sehe, möchte ich Zuckerwatte Uhhh Woah Is this Olympus? Goreship's amazing Woah Nope Oh nein Oh oh, düstere Bullenwesen? Keine gute Sache Äh, tschüss Autsch Okay, vielleicht mal Zeit für ein bisschen Magie So, Rakettanz, los geht's Das doof ist, die laufen halt immer rum Die muss man erstmal wischen mit dem Raketentanz Trio Wächter Äh, kommt ihr vielleicht mal rüber? Ähm, ha-hallo Toll, klappt ja gut Ja, dann eben so Autsch Ist egal, ich verprüge hier trotzdem alle Let's go, ja Zweite Form Betäubungsschlag Betäubungsschlag Sind hier grad noch viele? Na ja Double Kill Multifokus Kommandos Lassen dich mehrere Gegner auf einmal Oder mehrmals denselben Gegner ins Visier nehmen Und eine ganze Salbe von Geschossen auf sie abfeuern Ist da Eurung Halte R1 gedrückt und bewege L&R Um die Gegner deiner Wahl ins Visier zu nehmen Und drücke dann X Um die Multifokus-Multifokus-Attacke zu entfesseln Unterschiedliche Multifokus-Kommandos Jedes Schlüsselschwert hat seine eigenen Multifokus-Kommandos Bei manchen werden Geschosse abgefeuert Andere wiederum sind in der Lage, Sora zu heilen Wenn du die maximale Anzahl von Zielen anvisiert hast Wird in manchen Fällen eine besonders mächtige Attacke ausgelöst Schön W-Wat? Okay, warte Eigentlich Wir müssen ja nach oben Ich hasse mich Ich hasse mich Ich muss die Fackeln holen Ich kann nicht anders Flops Und Bobs Und natürlich auch Klops Aufm Kops Aufm Kops Darf man nicht vergessen Dahinten ist ne Truhe Haben wir da hinten auch ne Truhe übersehen? Ich kanns Ich glaub da hinten steht auch ne winzige Truhe Die muss ich ja dann mitnehmen Es geht nicht anders Ich habe grad Poison gelesen Erhalten Poison Ja da hinten ist ne ganz 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 Keine Truhe Da hinten So, dann ziehen wir mal gleich weiter Wir haben keine Zeit zu verlieren Fokustrank Hat nix mit der Zeitschrift zu tun Wenn man die liest Äh wenn man das trinkt weiß man nicht automatisch über Börsenwerte Bescheid Aber ganz ehrlich wenn man den Fokus liest weiß man das auch nicht So guck mal da gehts noch runter Aha Mega secret So dankeschön 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 Ich will Oh man ich will auf die Wolken Hier ist leider Alpha Wand Da komm ich nicht runter So kommt ihr beiden Dönald und Gülfi Dönald Und der Weg führt uns immer aufwärts Solange wir nicht aufgehalten werden Au Lass das Dönald und Meteor Let's go Meteor angriff Ach Plasma laut Let's go Los du böses hält dein Monster Stirb 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 Ist schon Gut ich fahr mal Ich fahr jetzt mal rum Bei Plasma laut das dahinter sieht aber genauso aus Das sieht auch falsch aus Ok Finale Das Finale aus dem Plasma laut Ok Ha 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 Ihr Herzlosen Ich bin der Scherlose Ich bin der Scherlose Immer Ernst Ha 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 So So Ah ha ha Ich weiß was ist Wenn wir auf Ok go Fibomber Let's go Ha 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 Den wollte ich gar nicht, aber hey, ich möchte gerne den da oben, weil die kann ich nicht markieren gerade Achso, das war's Dann gib mal her den Lachs und wir düsen weiter Na nö Entlang schlittern Herausforderungen, während entlang schlittern Herausforderungen musst du dich den ganzen, musst du dich gegen Gegner verteidigen Neige L, um die Zielmarkierung zu bewegen, drücke dann R2, um Lichtmeldet zu verschließen Okay Oh Gott, mit dem Gamepad zielen Was ist das hier? Das sieht ganz falsch aus Okay Okay, einmal wurden wir uns getroffen Ein einziges, ach man Schade, keine perfekte Runde So Dankeschön Ich sag dann Moin Lass man out Let's go So So, war's das? Oh nein, einer hat da unten überlebt Hat sich versteckt im Bunker Alles klar Jetzt aber schnell einsammeln Ich glaub, die Punkte fliegen mich gleich weg Nein, da sind sie schon weg Einer wieder weg Wie ärgerlich Hier verpassen wir nix Nein Wie schön das hier aussieht Ich dachte grad, ich lande auf dem Dach Ganz bequem Nein, ich will Geh'n doch Genau deswegen Genau deswegen So, alle weg Mal schnell die Böppel einsammeln Ganz schnell die Böppel Böppel die Böppel Oh Hier ist unser Ticket up Während du mit der Multifokus-Zielmarkierung etwas ins Visier nimmst Kannst du auch Quadrat drücken Um dich augenblicklich an die zuletzt anwesende Stelle zu teleportieren Dabei führst du einen sogenannten Windschritt aus Ein Windschritt verbraucht die Energie der Fokusleiste nicht Du kannst ihn also ganz nach Belieben einsetzen Okay, für Fußtritte schweben hier zum Glück ganz konvenient So, das ist Multifokus Dann Windschritt Und wir sind oben Okay Huch Nein Donut und Goofy, könnt ihr gucken, wo sie bleiben oder was? Entschuldigung, Goofy Nein, ich möchte gerne So, da sind wir auch schon Wir holen die beiden natürlich per Räuberleiter hoch Da sind sie schon Donut kommt sogar von oben Der ist schon mal vorgelaufen So, hier Hoppala Aus Versehen die Dego kaputt gemacht Guck mal, Hades Und die Titanen Oh Jetzt wird's bösartig I swear to you, Hades When I get out of there Toys My toys But no I'm the one giving orders now, old boy Don't get too comfortable, Hades Huh? Huh? We're gonna stop you What? Das ist nicht so gut Das ist überhaupt nicht gut Na dann Guten Tag Guten Tag Kämpfe gegen die Titanen Ich weiß noch gar nicht, wo ich hin muss Da oben Da ist es nicht gut Und Raketentanz Okay, vorher hätte ich mal besser mit dem anderen gemacht, wa? Autsch Ein bisschen fröstenlich da unten Ins Gesicht, Junge Aua Muss hochlaufen und Betäubungsschlag machen Oh, Donut Oh, 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 oh That was close Danke, Donut Yeah, yeah Wutschlo Uh, oh, oh, oh Sollte ich die Wutform machen? Ich glaube, die ist nicht gut, oder? Ja, Nummer 1 ist weg. Puh, die Wutform sollte man vielleicht nicht unbedingt, weil ich habe das Gefühl, die ist vielleicht böse und die könnte vielleicht auch Böses bewirken. Oh, zwei sind schon down. Huch! Danke, Jonas! So, Meteor-Schauer, auf den Wind! Gegen starken Wind helfen nur starke Meteore! Oh, 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 das ist nicht gut! Was passiert hier? Oh! Ähm, was? Oh Gott! Nein! Nein! Lass das! Der guckt so traurig, der Wind, der Arme! Der wurde bestimmt beim Föhn geboren, der Arme, Mann! Tschüss! Oh, okay, ich kann momentan noch nirgends hin. Ich weiß nicht, wie soll ich da ausweichen. Ernsthaft! Spiebe ich jetzt die ganze Zeit! Na los, komm schon Nur noch zwei LP-Balken übrig Okay Und jetzt? Okay, ich dachte, ich kann so entgehen Okay, ich mach trotzdem noch mal gut vor So Ist echt schwierig mit dem Der entweicht immer wie so ein Lüftchen aus der Hose Blast man out, let's go Aber die geht jetzt hoffentlich ein bisschen einfacher Nein, ich wollte gerade Finale machen Scheiße Ein Mühe zu spät Okay, let's go Autsch Au, mein Gott, mein Gott Da ist er wieder weg Oh, und da geht's da wieder weiter Habe das Gefühl, wir laufen ihm eigentlich nur unterher So Und klappt auf dem Po Da ist der Wind auch weg Ach, er auch noch wieder Ernsthaft Uh oh, now it's all four of them So what? There are four of us, too Actually, I think I can make it five Wieso vorher nicht? Wieso hat er das vorhin nicht gemacht Wir haben den Zeus überhaupt bekommen We get it! Ich kann nicht glauben! Ich habe 18 Jahre in diesem Plan und du hast ihn verruhiert! Ich wirklich nicht so gut dich! Es gibt es schon schon! Du wirst niemals verletzt, Hurt, egal wie viele Male versuchen! Ja, bleiben Sie in der Unterwelt, wo du gehst! Du hast die Zeit von deinem Leben! Enough already! I did not come this far to be ridiculed by Zeusy High and Mighty, his little sunspot, and a trio of clowns! You know what? I'll just go ahead and destroy you! Hades! The exit is that way. Ay, vey, jeez, Wyss. Hold on, I almost forgot. That one's for trying to wreck thieves. You'll pay for this! I have a very, very long memory. I can still dunk your little nutmeg in a river of death! Ow! Ow! Are you sure you want to leave all this behind? Isn't Olympus your home? I'm your family! I can see my family any time I want. If I stayed, I'd have to be apart from the person I love most, and that life would be empty. No. I finally know where I belong. Hercules! Hercules! There he goes again. Erhalten. Heldenwiege. Ein Schlüsselschwert mit Fokus auf Angriff. Formänderung. Konterschild. Und eigentlich wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt, um die kleine Preview, das angespielt, zu beenden. Aber ich bin ein bisschen neugierig, was jetzt natürlich kommt. Schlüsselschwert-Formänderung. Manche der Schlüsselschwerder, die du erhältst, sind in der Lage, sich zu transformieren. Sie können eine sogenannte Formänderung durchmachen. Jedes Schlüsselschwert hat seine ganz eigenen Formänderungen. In seiner geänderten Form lässt dich ein Schlüsselschwert andere Kombos und Zauber ausführen. Außerdem kannst du einen verheerenden Abschlussangriff auslösen, indem du das Dreieck drückst. Wenn du eine Schlüsselschwert-Formänderung auslöst, ändert sich womöglich auch Soras Aussehen entsprechend. Und du hältst Zugriff auf eine neue Auswahl spezieller Fertigkeiten. Manche Formänderungen eignen sich gut für die Defensive, andere wiederum für das Wirken von Magie. Experimentiere herum, womit du am besten zurechtkommst. Achso. Ja. Das Schlüsselschwert Heldenwiege kann sich per Formänderung in eine Defensivwaffe namens Konterschild verwandeln. Ich kenne nur Konterbier. Halte das Haltequadrat gedrückt, während das Schlüsselschwert verwandelt ist, um für eine bestimmte Zeitspanne eine dauerhafte Abwehrhaltung einzunehmen. Das Blocken von gegnerischen Attacken lädt dein Schild bis zu einem Maximum von zwei Stufen auf. Drücke X, während der Schild aufgeladen ist, um je nach Ladestufen einen speziellen Blockkonter durchzuführen. Okay. Verwandelt ist okay. Rüste dich doch mal mit deinem neuen Schlüsselschwert aus. Das ist ja so ein Zufall. Ach ja. Ausrüstung. Sora. Ja. Sora kann bis zu drei Schlüsselschwerter zur selbigen Zeit im Kampf mit sich führen, um zwischen ihnen zu wechseln. Bewege den Zeiger im Kommandomonio auf Angriff und drücke. Okay. Der Königsanhenner, den kennen wir ja schon. Formänderung zweite Form. Und hier haben wir das Konterschild. Magie geht runter. Dafür geht der Angriff ein bisschen hoch. Und das ist gut, weil wir meistens ja eigentlich angreifen. So. 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 Are you sure this box with the Book of Prophecies is for reals? I think that Dig Bad and Black was pulling your leg. Be quiet and dig you imbecile. I must find that Book of Prophecies and make it my own. This was the only clue we have. We cannot afford to dismiss it without a thorough investigation. I'm just saying the shot in the dark ain't gonna get us any closer to... Whoa. What is it? Have you found something? Show it to me at once, fool. Yes, sir, easy. This has got to be that Pandora's Box, Hades mentioned. Leave it. What? After all that digging? That is not the box, which I desire. We are finished with this world. Come. Die haben ein Loch gegraben. Ein einziges. Zwei. Zwei Löcher. May your heart... Was? Dark World. Das Reich der Dunkelheit. What's wrong, Riku? Are you tired? Do you need a break? We can stop. No, just... I've been here. I should know this place. But that all seems like another life. Well, gee. Think of all you've seen. All the feelings you've felt. Why, you've done years of growing in almost no time at all. I remember my first time here. I was so scared. But now my doubts and fears are gone. If anything, I feel exhilarated. And it's not because there's darkness in me. I know too well what that rush is like. This is different. And it's not adrenaline either. I know Aqua needs us. But I'm ready. I'm in control now. Maybe it's because you're with me this time. It's not me. I think it's because you've finally found inside you that special strength to protect what matters. What? Sometimes you care so much for somebody that other feelings disappear. And then there's no room for fear or doubt. Is that it? Strength to protect what matters. It reminds me of a promise I made. To who? Just someone I once met. Can't tell. Sounds like a good memory. Yeah. While we're reminiscing... Mickey, does any of this look familiar? Sort of. But the realm of darkness has changed since I was here with Aqua. Yeah, it's different from what I remember. Usually, I'd just follow my heart. And Aqua would show me the way. But the closer I get, the easier our connection feels. You mean... Maybe. But we can't give up hope. Yeah. Also schön ist es da nicht. This beach. It's gone. Huh? I'm positive Aqua was here. But now, her trail's gone dim. I've been here, too. With Sora. Really? This is where we found our way back to the Realm of Light. Hey, maybe Aqua did, too. Aqua... ...is fallen into an even darker abyss. Somewhere I can't see her. And I don't think we're equipped to dive any deeper than we already are. So then... Oh, no! What? Riku, be careful. Even the least threatening Heartless are stronger in this realm. I got it. Das ist nicht gut. Ach was! Ich bin Riku! Den Dämonenturm! Ich sehe fast gar nichts. Ich greife einfach an. Wow! Oh! Ah, danke dir, Miki! Doppel-Duell! Los! Okay, der ist fast durch. Letzter... Letzter HP war... Kannst du mal, Miki? So, dann eben so. It's not over. Be careful! Not too many. Not too many. Oh, no! Ew! No! Doppel-Duell! What do you do? Doppel-Duell! Seine dunkle Seite. Die unkontrollierte. Oh. Where'd the Heartless go? I got more than half of them. And the rest vanished. But they spit you out first. Thanks. I owe you. I know you feel invincible. But we're not. Are you alright, Mickey? Yeah. Thanks to the new gear. But your Keyblade... Oh. Hmm. The Heartless here are stronger than what we expected. I guess we probably should have powered up our Keyblades before we came in here, huh? Yeah. I think we need to go back to Master Yen's hit's tower so we can regroup. But Aqua's... still down here alone. Facing enemies like that. I know. What if she's feeling as scared and alone? As I felt the first time I came here. How long are we supposed to keep her waiting in this awful place? But Aqua... she's like Sora. What? No, 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 no. Strong like Sora. Huh. Okay. Good. Then I guess she's gonna be alright. Sora could fall into any darkness and swim his way out. Besides, we won't be long. Right. Huh? Can't use this Keyblade anymore. Might as well leave it here. For the other me. What? Soul Calibur. The Mysterious Tower. Der mystische Tour. Sieht voll cool aus. I see. You could not regain your strength. Uh, no biggie. I still learned a lot. Regardless, Sora, you will need the power of waking. Uh... Ugh... It can't be gone forever. Maybe something'll trigger it real soon. Like, what exactly? Hello! How am I to bark at the head? Hey! Perhaps it could be something that is as simple as that. Wait! You think so too? Whenever you are in need, magic happens. That is your greatest strength, Sora. You make it sound like an accident. Whoa! Huh? We're back, Master! Whoa! Whoa! You guys are all here! We were here before, but you didn't wait! Your majesty! Hey there, fellas! So... What have you three been up to? We were visiting... Oh! We went to Olympus to visit Harkis. And to figure out how to get all of Sora's lost powers back. What? It was a big disappointment. Matt! Oh... What a shame. But... Honestly... We didn't fare any better. Did you manage to figure out where Aqua is? Cause Master Yen Sid said that's why you fellas left! Oh! What the heck? Come on! Can I finally say something? We know Master Aqua made it as far as the beach that Sora and I once visited. But that's where her trail ends. Meaning? All traces of Earth vanish into the great abyss. Beneath the realm of darkness. Are you still there? No. Sora was dragged into the abyss during his exam, and I went in after him. So I think if we find someone who is really close to Aqua, and they make the dive, they could reach her down there. We're doing this. I'm not sure who's even left to ask. We're doing this. We're doing this. Ventus is hidden. And Aqua's the only one who knows where. We're doing this. Plus, nobody's seen Terra in ages. Aqua was the last. So Aqua, she's gonna be the key to finding all three. Yes. Their teacher, Master Erecus, would have been another possibility. Had Xehanort not mercilessly struck him down. We're doing this. I'll save her. Huh? You can't! But Sora, that's gonna be super hard since you don't have the power of waking. Huh? Sorry. I have no idea why that just popped out. Wow. It was pretty convincing. Yeah. Better not let us down. Hmm. Hmm. Sora, you must focus on regaining your last power of waking. Mickey and Riku, I recall that Master Aqua journeyed to many worlds and connected with others who could be the Link we need. Good plan, sir. Riku and I will retrace her steps and see if we can find any sort of clues. But first… Hmm? We got hit pretty hard in the Realm of Darkness. My Keyblade was damaged, and the Heartless broke Riku's clean in half. So, we're gonna need to get replacements before we can continue. In that case, rendezvous with Kairi and Lee. They are continuing their training under the tutelage of the Wizard Merlin. Yes, sir. Also, I would like you to deliver these for me. Are they? Yes, they are the same as the ones I gave you. Special vestments to shield Kairi and Lee from the darkness. We got them! What? No fair! What about my outfit, Master? Sora, don't bother me like that. I can't consider it. Settle down. I have new clothes for you too, Sora. Yeah? A gift from the good fairies. I knew you'd come through for me! Thanks! Those are no ordinary garments, Sora. Like before, they have very special powers, so it took extra time to prepare them. In addition, there is a gift from Chippendale inside. Cool! Okay! Happy now? Yep! Now you're all ready to proceed. Hey, wait! Don't forget about me! Jiminy! 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 Every journey worth going on needs a cricket to keep track of it. And I can't let you start this one without old Jiminy Cricket by your side. The whole team's back! Yeah! Good. Now to mark the beginning of a new journey. I wish for you to have this, Sora. Okay. That is a heartbinder. Think of it as a good luck charm made just for you. You have a gift, Sora, for connecting with others. And this makes that gift stronger. It's time to go! May your heart be your guiding key. See? Traumherzbinder. Ein Talisman, mit dem du mittels Koop-Kommando einen Traumfänger zur Unterstützung herberufen kannst. Hmm. Okay! Will do! Ummm... Oh, come on! Will you get serious? Give me a break, okay? I told you! These things take time! Gorge! Is it just me? Or is this turning out? Or is this turning into a routine? Huh? Huh? What? It's coming from you, Sora! Huh? Oh... What's this? Oh, god! Was für ein Klump! No! Magic stamp! But... I don't know how. Maybe... This. Hurray! He picked up! B-Hörnchen! Huh? Dale? Hey, Chipper! I finally got him! Hurry up, Chip! Ah, Hörnchen! Wow! It's about time! Chip? You gotta answer the phone, Sora! Or we can't give you updates! We got lots and lots of important stuff we wanna tell you! That's why we asked Master Yen-Cid to make sure you got this gummy phone we made ya! So we'd be able to stay in touch with you at all times! And it takes pictures! Oh, you finally finished it! Say, with this gummy phone we can talk to each other across worlds! In fact, I might even try writing my journal on it! Wow! Sounds like it's pretty handy, guys! So... What's so important? This! Back when you and Riku quested through the sleeping worlds, Riku recovered some secret research data that Ansem the Wise hid inside you! Ansem's Code! Mhm! We've been working our tails off trying to crack it and see what it says! The data has been encrypted, so we've only deciphered some of it! Huh? Oh! I guess we haven't spoken since the castle! I'm Ienzo! Alias is here too! Alias! Whatever's between you and Roxas, it's in the past! Zora, the reason we're here is because you and your friends defeated our nobodies, thereby re-completing us! We cast off our hearts by choice, make no mistake, but we didn't know that Xemnas, or rather, Xehanort, was deceiving us! Huh? Xemnas? Oh! He's with them! Not anymore! Xemnas and Xehanort have no hold over us now! We're just students of the heart! Exactly the same as we were before all of this began! Yeah, right! Hmm... But you know, now that I think about it, Axel's on our side now! We have friends we want to bring back to this world just the same as you! To do that, we have to work together! In that spirit, Sora, we found some intriguing data in the bit of code we deciphered! Is it about me? Yes! In order to piece your memories back together, our teacher Ansem the Wise took a close look at your heart! And what he found, is that your heart, doesn't belong just to you! Nein! It doesn't? Gorge! You don't seem surprised! Yeah! Honestly, I suspected as much! There's another heart inside mine! I think it's Roxas's! Just like... Namine is still inside Kairi's! Interesting! Well... No one knows your heart better than you! To be honest, we still have a plethora of questions on our side! But... The idea has merit! It's incredible enough that you and your nobody are able to co-exist! If you share a heart... No wonder someone as remarkable as you caught Ansem the Wise's eye! We'll keep investigating based on your hypothesis! I'll be in touch! Okie dokie! We'll give you fellas a ring if there's anything else! Remember, me and Chip, the guys at Radiant Garden, and King Mickey and everybody are never far away! And Jiminy, would you do us a favor? Teach Sora how to use the gummy phone! Leave it to me! I have to find Roxas... And save him! The others are following Aqua's heart... So I'll follow Roxas's heart! Huh? Trust the guidance that your heart gives you, Sora! That's what Master Yen Sid said! Well too! Oh, that's easy! Kingdom Hearts 3 2 1 2 2 3 6